Hallo und Willkommen zur nächsten Folge von The Walking Dead. Ja, wir müssen irgendwie jemanden rausbekommen. Und zwar den Andrew, den Andy, müssen wir aus unserem... Ja, aus unserem App hier. Na? Wer weiß wie es heißt, sagt mal Bescheid. Ähm, hier aus dem Stall rauskriegen wo die Kuh drin ist. Und äh, ja, bevor es halt Essen gibt am besten, weil wir ja noch gucken, was da so drin ist. In diesem Bach. Ein Multifunktional... ...Tur. Tja. Die Schraube auf. Ja, dann machen wir das doch einfach mal aus. Ja. Ich wollte es eigentlich noch zuschrauben. Ja, das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich für ihn. Er muss das reparieren und weiß nicht genau wie. Ja. Wenigstens kommt er nicht auf die tolle Idee, dass wir das waren und beschuldigt uns. Ich wusste nämlich nicht, was ich sagen soll. Und ja. Dann gehen wir mal wieder in den Barren rein. Was ist ein Baby in da? Warte, nicht sie spooken. Hey, Clementine. My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would! Listen. Did you give your hat to anyone? No. Did you see any strangers around the motor end who might have taken it? No. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee. Do you think you'll ever have kids? I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clint. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on here. Genau, wir haben nämlich mit dem was zu tun. Und zwar müssen wir hier so ne Tür aufschrubbeln. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, Honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, Honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Keep that thing off. Jetzt müssen wir das auf einmal alleine machen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Oder ob wir überhaupt ne Zeitbeschränkung haben. Darum... Schrauben wir das jetzt einfach auf und lassen die Nägel runterfallen. Oder die Schrauben besser gesagt, weil Nägel schraubt man nicht. Die hämmert man. Ähm... Also wir lassen die Schrauben einfach runterfallen und ähm... Ja... Ist dann auch egal, ne? Weil... Ist nicht wichtig. Wir wollen's ja nachher nur wieder ran machen. Oh man... Oh man... Womöne. 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 Wir haben hier, aber Danny und ich müssen noch viel huntschern, um alles zu verbrechen. Wenn wir etwas in den Tieren, können wir es kämmern und nachheren da sein. Mama hat uns nicht zu machen, um uns zu machen in der Haus. So, so, you see, nothing to worry about. Ja. Oh, Brenda, you are an angel. Oh boy. Excuse me, miss. We had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. Now go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mom? Now don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Gut, dann waschen wir sie jetzt. Jetzt ganz gründelig. Wollbinden. I could use a shave. Some kind of lotion. Ja, da gehen wir mal. Dann... langs... zusammen die Treppe rauf. Mal gucken, was da noch so kommt, wenn der da so hoch schleicht. Warum führt ein Kabel in den Kleiderschrank? Okay, da ist... Okay, in dem Bett ist Mark nicht und da steht ein Schrank vor... ...na Tür? Ja? Mal books, cookbooks... ...nothing out of the ordinary here. Hmm... Eugh... ...what is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here... ...Ivy tubes, saline... ...what would dairy farmers need with this kind of stuff? Huh... ...where is that cord going? Ich glaube, man kommt doch nicht hier durch. Sondern wir müssen... ...hier für irgendwas überlegen. Wie wir das von der Tür wegkriegen. ...hier ist das... ...daufe, doofe Stromkabel. Genau, steck einfach meine Stromkabel zusammen. What the hell? ... Ja, jetzt aber. Vielleicht wenn wir da drüben Licht gemacht haben... ...ja, wenn ihm das jetzt nicht auffällt... ...oh, viel zu laut. Viel zu laut das wegschieben. Ich hätte es einfach so schräg... ...äh... ...weggetragen. So nach vorne. Schräg, so die eine Ecke bleibt. Naja... Dann gehen wir mal gucken, was hier so ist. ... ...dämpfer nicht. ...dämpfer nicht. ...dämpfer nicht. ...nach? Das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist okay für dich, Leute. Er würde auch sterben. Wir müssen denken über leben. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, du bist nicht zu verbreiten. Das ist wie ich wurde, und wie ich meine Brüder habe. Jetzt haben wir Monster rumgelegt, die nichts tun, aber essen Menschen. Und für was? Und weiterzunehmen, bis sie essen noch mehr? Wir denken, wir können das Essen besser setzen. Oh, ich werde ich pukieren. Wir lassen uns gehen. Andy ist richtig. Wir gehen nach den Leuten, die immer sterben werden. Eine Art oder andere. Wie ihr. Kenny, holst du dich! Kenny, nein! Keinein! Keinein! Wir haben viele Worte für euch hier. Was? 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 We're walking out of here. Wir gehen nach meiner fucking Familie. Ich will nicht sterben. Mami, was will ich essen? Jeder, alles wird okay. Lee? Lee? Ich werde dich töten! Wo? Wo? Wreselder. Wo? Wreselder. Es ist nicht in den Jordan. Jeden? Was wird dies in da? Das ist nicht in da. Open up! Ich werde dich mit meinen Händen zerbauen! Wir müssen einen anderen Weg rauskennen! Du scheiße Scheiße! Öffne diese Tür! Ich werde die Tür aufbauen! Ich werde die Tür aufbauen! Es war eine Person. Sie versucht uns zu essen zu einer Person. Aber du hast es nicht gemacht. Nein. Die Resten haben wir getan, verdammt! Wenn du nicht aufbauen würdest! Komm schon, Dad. Jetzt ist nicht die Zeit. Du okay, Clementine? Sie nicht, du? Nein. Open up! Die Psychos haben meine Familie, und wir sind in eine verdammt meat locker. Wir müssen hier rauskennen! Ich bin Angst. Es wird okay sein. Ich werde hier rauskennen. Ich werde hier rauskennen. Ihr seid lecker als der Whoppers! Dad! Die! Sie übergibt sich da voll! Dad, die macht wie groß... ...und schlau sie sich. Sie machen dich zu schlau sie! Ich werde den dancingbrig. Dad! Du kannst nicht... ...schlau sie! Und... ...dad? Dad? Nein! Dad, komm mal! Dad! Oh Gott, er hat gebeten. Ich glaube, er hat einen Herz-Aktak. Shit. Er ist tot tot? Er ist nicht tot tot! Somebody help me! Fuck. Wenn er tot tot tot... Er ist nicht tot tot tot! Was muss passieren, Lee? Er ist nicht tot, Kenny. Er ist tot tot. Er ist tot. Er ist tot. Ich bin wirklich, wirklich. Aber in ein paar Minuten, wir werden uns in eine dritten Wohnung mit einem 6'4", 300lb, wirklich tot 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 tot. Fuck you! Wir können ihn zurück. Please! Aber jetzt müssen wir ihn zurück. Nein! Verdammt, Kenny! Er ist nicht tot tot! Wir können ihn nicht, wenn er nicht tot tot tot, Kenny. Erinnerst du, wie schwer es war für dich, den Monster aus der Katja? Und Larry ist zweit dieser Größe. Es ist ihm oder wir. Erinnerst du, Kenny, zurück in der Drogstor, wenn wir alle gedacht haben, Duck war gebeten. Ich habe ihm den Vorteil des Verkaufs. Vielleicht sollten wir das gleiche machen. Das war anders. Duck war nicht gebeten. Aber komm mal! Wir wissen, dass dieser Mann nicht zu machen. Erinnerst du, was Ben sagte. Wir müssen den Gehirn. Komm mal, Lee. Du kannst nicht in der Mitte von diesem einen. Du musst auf meine Backen. Komm mal, Lee. Ich brauche dich! Bitte, hilf mir! Komm mal, Vater. Komm mal! Warte mal! Lee! Ist er das alles zu spüren? Nein! Nein, ich glaube nicht so. Okay. Lass mich übernehmen. Keep checken das Puls. Ich trage dich. Leer und Frau. Tust du dich? Er, er wird dich drehen! Sie verliebt много! Du schlagst uns alle aufgericht! Sie bist du garanter, Lee. Du dein Handy teurer, Colonel. Was? Nein! Au! Keine! W-W-Wat-Wat. Keine! Ich habe mich jetzt überrascht. Ich hatte… Es musste erst dann gesucht. Du wirst... Du wirst deinen dados! Ja, ich bin. Und so fern Sie. Ich war auf dich. Du waren, Mann. Ich bin sorry, ich weiß... Ich weiß nicht, dass du mich nicht verletzt hast. Du bist okay? Ist es vorbei? Ja, für jetzt. Wir müssen noch ein Weg raus raus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber du musst jetzt so stark sein. Ich brauche dich so stark sein. Ich denke, du bist so stark. Ich denke, du bist so stark. Ich denke, du bist so stark. Wie ist das? Wie geht es? Es sind die Spiele mit deinem Mutter und deinem Vater. Das macht dich besser? Manchmal. Wir werden raus raus, richtig? Du hast einen Weg raus? Ich arbeite an. Was? Er geht nicht mit dem Mann. Gut. Es sollte ein Airduck sein. Vielleicht ist es großartig für einen von uns. Das ist großartig für einen von uns. Der Aird ist weg? Ich denke, ich kann es weg. Wenn ich etwas zu entfernen, um die Schrauben zu entfernen. Die Multitool. Natürlich haben sie das. Vielleicht gibt es etwas anderes, die wir nutzen können. Ich habe eine Rache. Eine Rache wird nicht helfen. Eine Koein wird die Trick machen. Hast du eine Koein? Nein. Oh. Oh man. Ich... Ich weiß, wann... Trick ist drin. Oh man. Larry hat einen. Oh shit. Oh. He ist wohl still alive, Lee. You ist still alive. You've got to think about saving your own life now. It's, what he would have wanted. I think I may have found a way outta here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. Wenn du etwas wie ein Schraubiger oder ein Koffer verwenden kannst, Nein. Was für ihn? Ich weiß, dass es ein schlechtes Zeit für ihn ist, aber nach der Motorhof... Larry... Larry hat etwas gesagt, über die Koffer in seinen Haufen gehalten. Was willst du? Meine Schmerz? Die Schmerz? Deine Verlust. ...Fürf... 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 Da boh Ich würde sagen, da Rechtshänder drin, so, ne? So, Mensch, ja. H2 mit drin. Ja, das sagt sich so einfach, so mit einer Münze eine Schraube zu lösen. Es geht mit Kenny nicht, aber er hat auch die anderen machen können. Manchmal verstehe ich den Typen nicht. Als ob da jemand von euch durchpasst. Die kann da ja fast drin stehen. Die kann da ja fast drin stehen. Aber es macht ganz schön Krach. Also wenn das in echt auch so ist, dann verstehe ich nicht, warum in Filmen so oft die Lüftungsschächte gewählt werden. Gefrühltruhe. Ja, das ist gut. Ja, aber da ist ein Mann draußen. Woher gehst du? Was bist du? Kenny! Lilly, ich bin sorry. Wir müssen gehen. Ich weiß. Ich muss nur ein Minute sagen, um zu lieben. Okay. Hey, wir sind gut. Okay? Ja, das ist gut. Shit, he's gonna get us all killed. Stay here. Take care of Lilly, okay? Ich will. Geil. Was? Was? Heuerhacken. Sichel ist eigentlich cool. Fleisch-Diagramm. Genau. Kann ich die Kette nehmen? Nein. Schade. Hm. Die Tür haben sie nicht zugemacht und er sitzt da draußen im Regen. Mit dem Gewerr guckt nach draußen. Ah, wahrscheinlich wartet er einfach nur auf die anderen. Leute. Die hier kommen. Von. Uns. Die nachgucken, was mit uns los ist, weil wir nicht so lange nicht wiedergekommen sind. Nein. Was geht mit dem nicht? Kenny ist ein bisschen verrückt hier. Ja. Klovers. Dad. Was machst du da draußen im Regen? Oh, shit. Just guarding the place, wie du sagst. Die Leute sitzen da im Regen im Regen. Mama sagt, dass wir nicht so viele Leute halten können. Ich habe nicht erwartet. Es ist einer, die zu halten und zerstören. Die Leute denken, wie du sagst. Nicht die Kinder. Die Leute sehen uns auf dem Regen. Die Leute sehen uns auf dem Regen. Oh, ich weiß, Baby. Das ist meine Lieblings-Gerden. Die Leute denken, dass sie einfach rausgehen können. Wenn ich einen denken, dass sie einfach rausgehen können... ... und sie nicht sogar rausgehen können... ... und sie nicht einmal rausgehen können. Sag mir, was passiert. Der Schicker glaubt, dass das ein Spiel ist. Wir holen ihn zusammen. Wie? Er weiß nicht, dass wir rausgehen. Sie haben ihn zusammen. Er hat ihn nicht gehört. 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 Da war ich wohl ein Stück zu langsam. Und da habe ich erschossen. Sie sind tot. Boah, Waffe! Oh, war das laut. Oh, jetzt soll da niemanden. Au! Oh, ich weiß noch, was mit dem letzten Linderberg-Anfalle passiert ist. Oh! Oh! Oh, was mein´s, das ist ein Teil der欸ktivätsch, nicht? Oh, I Have. Oh, oh, wow! So, wie ich habe mich auf mit. Oh! Oh! Oh, was ich, die chaque Zeit... Oh, 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 oh... Oh, oh! Das ist der Grund, dass du die Frau in den Häusern hast. Sie war zu spüren alles. Du bist noch nicht bereit zu hören, Lee. Du musst sie verhören. Du musst mich aufhören. Wenn du mich aufhören, das Fleisch wird verletzt. Du kannst es nicht essen. Du bist bereits verletzt. Du wirst mich nicht verletzt. Just wie er nicht verletzt, Jolie. Warum hat sie jetzt nicht auf das Mähchen? Oh Mann. Ja, hab ich gesehen, ey. Unfähig. Unfähig, ey. Kimmy! Kimmy! Ja... Huh? What the hell? Where is that coming from? They came into the room. Well... Why was that coming... Was passiert? Jesus, das ist sick. Ich gehe nach hinten. Ich gehe nach vorne. Du hast es. Komm, hier. Warte, bist du sicher? Ja. Nein. Bist du sicher? Ja. Nein. Ja. Was? So, ich muss ganz schnell zum Haus reinschleichen. Oh, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Better bound. Ich will nicht, dass ihr alle. Andy? Danny? Ist das du? Was ist da? Ich habe Danny in der Bar. Er hat was er. Komm hier. Ich gehe! Bitte, bitte. Komm hier. Komm hier. Du bist nicht mehr. Du bist nicht mehr. Ich gehe. Ich gehe, Brenda. Bitte, bitte. Bitte nicht mehr. Brenda, komm jetzt. Du wirst nicht mehr. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Man darf nur gegen ihn, wenn sich die Waffe vereinrichtet. Na komm! Ja, sag dich und tat es trotzdem! Maap! Ich bin ein Noob! Sooo, dann noch mal hier eben hin. Ja, die Folge, du hast noch nicht gedacht, dass es schon länger wird. Wir wollten gehen, ihr habt uns nicht gehen lassen, tja. Jetzt ist es halt so. So, wir stehen jetzt schon eine Weile und warten. Komm mal gucken. Wie lange wird sie denn noch den Verwaffens richten? Okay, also ich glaube, sie möchten uns hier nur ein bisschen festhalten. Und wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, erschießt sie mich wahrscheinlich auch? Ja, da. Ich weiß nicht, irgendwie erschießt sie uns nur oder sie sticht nur ewig hoch. Das ist doch doof. Ich muss sie ansprechen. Ich glaube ich muss sie dann ansprechen. So, jetzt können wir ein bisschen dichter gehen. Ja, ja, ja. Alles gut, ich kann sie ansprechen. Ja, ich kann sie ansprechen. Oh, guck mal wer da oben ist. Nein, das bringt sie nicht um! So was tut sie doch nicht! Ja, dann lass uns doch einfach gegen die Verrückte! Oder scheiß? Anstatt dass du uns einfach gehen lässt und alles gut? Nein! So, jetzt treppen wir gleich... Sieh! Oh mein Gott! Lass ihn gehen, Gott dammit! Das ist nicht so gut! Andy, nicht auf! Andy! Das war krass in dieser Eintrachtung. Ah, guck, 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 guck. Man, da wollte ich gerade ein Stück von meiner Orange abbeißen und das ist... Das kommt der komische Typ hier an. Awww. 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 Ähm. Na, komm schon. Guck, 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 guck. Wie oft soll ich das auch machen? Wie oft soll ich das auch machen? Awww. Ich meine, selbst im Spiel, oder? Das ist jetzt so... Ah, er muss jetzt nicht übertreiben, ne? Also, er müsste jetzt nicht übertreiben, dann tut's trotzdem. Ich... Du bist nicht so... Es ist vorbei! F*** dich! Das ist die ganze Zeit, dass Mama rauskommt! Du... Du bist alle f***! Ich sagte, es ist vorbei! Geh weg! Du bist nie aus. Du bist nicht raus. Du bist auch weg von mir, Lee. Geh weg und schau dir, Lee! Ja, ich... Geh weg hier und... Geh weg hier und... Geh weg hier mit mir wie ein Mann. Leer! Leer! Sie kommen in! Los geht's! Leer! Er kann ja noch weg! Er kann, könnte Wird aber wohl nicht sehr verlustreich. Sehr verlustreich. Sie sind wirklich die Leute? Für Essen? Ja. Und Clementine fast hat sie. Mann, das ist verrückt! Clementine... sie weiß nicht, oder? Sie hat sie nicht gesehen. Ich habe sie verletzt. Diese Welt jetzt. Sie hat einfach nicht sprachlos auf jeden Fall. Sie konnten Sie etwas gut aus der Däri? Nicht sprachlos, ja. St. John's hat alles, was ich hatte, bevor die Polizei wurde komplett überrascht mit walkern. Oh. Ich konnte ein paar von Ihren zurück, während Brenda nicht geschaut. Es funktioniert nicht. Hast du etwas für es, Dud? Es ist nur ein einfaches Camcorder. Die Save-Lot ist günstig. Mal schauen, ob ich es funktioniert. Wie geht's dir? Ich bin gut. Ich bin nicht so jung als ich war. mein Lieber. Hör mal, weiter und gib mir und Lee einen Moment. Es wird keine Falle sein. Für die Kinder. Für die Vater zu töten? Ja, ich würde mir so vorstellen. Was denkst du? Du bist ein Hörer. Du hast zwei Leben in diesem Tja, ich kann es verstehen. Ich kann es sehen, aber ich habe es nur gemacht, um uns zu beschützen. Weil sie versucht, uns zu schützen? Ja. Okay. Hey, Dad, was ist das Geräusch? Das ist ein Auto. Oh Gott, nicht mehr von uns. Tja, ähm, niemand reagiert. Die Türen sind offen. Keiner da. Vielleicht muss ich mal eben Pipi machen. Und dann einfach eine Wunderschöne. Baby, du musst uns sehen. Es ist ein Schicksal von Essen und Supplieren hier. Das Essen kann uns nicht schützen. Nicht all of uns. Das Essen kann uns nicht schützen. Das Essen kann uns nicht schützen. Wenn sie zurückkommen, dann sind wir einfach monstern, die aus den Wundern verletzten und verletzten ihre Leben. Das Essen ist nicht unser. Dad, whose Auto ist es? Oh. 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 We have to take this stuff. We'll survive without it. The hell we will. We'll find a way. The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? Any electronics? Radios? Batteries? Here. Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Here, Clem. Want some... batteries? Hey, Lee. You know that camcorder? I got it working. You might want to see this. Hmm. guck jake, bart, linda and all y'all facken sickos from the save lost they call y'all bandits but you're facken ricken what oh darling baby look at you look at you Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you go. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you've got to be afraid of. The people I used to call friends. People, you too. Don't worry, little girl. And it's got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Ja, und das war das Ende der Episode. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mit der siebten Folge und der dritten Episode. Ich hoffe, euch hat die zweite Episode gefallen. Ich fand sie sehr gut. Wir haben uns zum Beispiel entschieden, einen Wagen nicht zu plündern. Der andere Teil unserer Gruppe hat es getan. Ich habe das in meinem Singleplayer nämlich schon getan und habe der Gruppe dabei geholfen. Ich weiß, was da passiert und wollte jetzt halt einfach mal das Alternative sehen. Und ja, so viel dazu. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilen mir doch bitte irgendwie mit, wie ihr es fandet. Und ja, am besten halt Daumen hoch runter oder Kommentare schreiben. Wenn ihr noch andere Projekte von mir sehen wollt oder andere Let's Plays. Besser gesagt, klickt doch einfach auf die Bilder bei der Playlist. Dann kommt ihr direkt dorthin und könnt die Folgen gucken. Alle am Stück oder euch die Folgen raussuchen. Ab, wo ihr weitergucken wollt. Dann abonnieren, einfach drücken, um immer mitzubekommen, wann es die nächste neue Folge gibt. Und klickt doch einfach auf mein Profilbild, wenn ihr noch sehen wollt, was ich sonst noch so vorhabe bzw. geplant habe. Ja, und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Zumindestens habe ich jetzt Wochenende. Solltet ihr es aber erst am Montag sehen, wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.